Ja, und so wurde nach und nach aus dem Hobby ein Beruf. Natürlich aus beidem. Oder sagen wir so, ich denke, man macht eine beste Arbeit, wenn die Arbeit einem Spaß macht. Und meine Arbeit macht mir unglaublich viel Spaß. Das merkt man vielleicht auch. Und das ist wahrscheinlich mein Geheimnis.